Moin liebe Community, unfassbare Neuigkeiten bei Nvidia, unabhängig von dem Aktien-Split 10 zu 1, welcher am 10. Juni stattfinden soll. Auch die Analystenbewertungen wurden mit den Quartalzahlen deutlich übertroffen, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aktie hat dann nach Börsenschluss nochmal einen großen Sprung nach oben gemacht und war wieder fast bei der 1000 Dollar Marke. Würde ich persönlich die Aktie jetzt kaufen oder nach dem Split, meiner Meinung nach ist aktuell immer noch der bessere Zeitpunkt. Keiner hat eine Glaskugel und kann in die Zukunft schauen, ich glaube allerdings wirklich, dass die Nvidia-Aktie vor dem Aktien-Split nochmal eine Rallye nach oben hinlegen wird und sich bei 1100 bis 1200 Dollar tatsächlich einpendeln könnte, bevor wir den Split sehen. EPS, also Earnings Per Share oder auf Deutsch gesagt, der Gewinn pro Aktie lag bei 6,12 Dollar, deutlich über der Erwartung von 5,59 Dollar. Der Umsatz war mal wieder gigantisch und hat jegliche Erwartung übertroffen. 26,04 Milliarden US-Dollar. Erwartungen lagen bei 24,65 Milliarden und das, obwohl man von einem guten Quartal ausgegangen ist. Einfach unfassbar, was man da abgeliefert hat. Auch interessant ist, dass man die Erwartung für das nächste Quartal nochmal hochgeschraubt hat von 26,61 Milliarden auf 28 Milliarden Dollar Umsatz. Hier geht man von einer Steigerung aus, was sehr, sehr bullish ist, natürlich für jeden, der bereits investiert ist oder auch investieren möchte. Auch die Nettogewinnmarge ist natürlich bei Nvidia wieder einmal gigantisch mit 14,88 Milliarden US-Dollar. Ein lustiger Vergleich, letztes Jahr war man zur selben Zeit bei einem Nettogewinn von 2,04 Milliarden US-Dollar. Und auch der Umsatz von NVIDIAs Data Center, also Rechenzentrum, ist year over year um 427% gestiegen. Deiner Meinung nach hat Nvidia mit diesen Earnings wirklich gezeigt, dass man immer noch in der Kategorie KI ganz oben an der Spitze steht. Auch wenn die Konkurrenz wie zum Beispiel AMD, Micro Supercomputer oder auch ARM mittlerweile immer weiter wachsen. Und wir auch hier super Profitmargen sehen, genauso wie auch steigende Umsätze, Nvidia mit diesen Earnings ihre Position als ganz klare Nummer 1 auf dem Markt auf jeden Fall bestätigt. Viele haben gefragt, jetzt investieren oder nach dem Split? Keiner hat eine Glaskugel und auch ich kann nicht in die Zukunft schauen. Ich wäre allerdings nicht überrascht, wenn die Nvidia-Aktie sich zwischen 1.100 und 1.200 Dollar vor dem Aktiensplit einpendelt. Und dementsprechend wäre aktuell natürlich der bessere Zeitpunkt zum Investieren. Bei der Chipotle-Aktie hatten wir ein ähnliches Szenario. Nach der Bekanntgabe vom Split ist die Aktie um ca. 400 Dollar nochmal gestiegen. Fundamental ändert sich natürlich nichts mit dem Aktiensplit. Es wird einfach aufgeteilt. Ihr könnt euch das so vorstellen. Wir haben einen 100-Dollar-Schein, tauschen den jetzt ein gegen 10 10-Dollar-Scheine. Im Endeffekt haben wir trotzdem 100 Dollar im Wert insgesamt. Wenn wir allerdings 150 Dollar benötigen, dann benötigen wir 10 mal 15 Dollar statt 10 Dollar. Und dementsprechend ist die Aktie theoretisch gesehen natürlich trotzdem teurer geworden. Wenn das Beispiel dich nicht wirklich gecatcht hat und du immer noch Fragezeichen überall stehen hast, verlinke ich dir jetzt einmal das Video zur Nvidia-Aktie und dem Split, welches ich vor zwei Monaten gemacht habe, in der Videobeschreibung. Da bin ich bereits auf dieses Szenario eingegangen, weil ich stark damit gerechnet habe, dass wir demnächst diesen Split sehen. Und da könnt ihr nochmal alles ganz, ganz in Ruhe euch einmal anschauen. Abonniere gerne jetzt den Kanal, like dieses Video und bis bald.